Hey hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Overwatch zusammen mit Gamer, Box, und dem Spucke SLB. Hey hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Overwatch zusammen mit Fox, Gamer und Lauri. Der größte Vorrat nehme ich nicht. Nein, Spaß. Ich bin schleiße. Bildung ist auch eine Bildung. Äh, Einbildung. Verdammt. Bildung ist auch eine Bildung, Leute. Ja. Oh, wir haben ein perfektes Team. Jetzt nicht mehr. Mit welchem Map haben wir... Hab ich dich schon mal gespielt? Ja. Ich seh ich, ja? Ja. Oh, Genji Map oder was? Nein. Wo ist dein Typ? Ah ne, warte, das ist gar nicht Genji, der Typ da. Was, wo ist dein Kitzler? Mit der Kitzler. Komm, wo ist dein Kitzler? Ja, Daumen hoch. Hier, Leute, hier. Daumen hoch. Hier, ne, wisst ihr? Daumen hoch. Maskeball. Oh, nice. Unde eins. Nehmen sie den Ziel ein. Oh, nice. Yes. Das ist einer hinter uns. Das ist einer. Das ist einer. Das ist einer. Das ist einer. Nein. Da sind zwei, drei Leute. Äh, rechts. Ja, aber dadurch könnten wir den Spot einnehmen. Ja, zwei sind low. Zwei sind low. Oh, ich hab meinen, oh, ich hab meinen Todes-Stick-Stroops-Ulti. Wenn die On-Spots sind, kann ich das richtig gut verwenden. Wenn nicht On-Spots sind, du auch nicht. Die Stunde hat geschlagen. Ja, aber die anderen haben sich grad in der Säule versteckt, als ich jetzt gezündet habe. Logischerweise. Ich hab' das nicht verteilt. Geil, dass ich fast tot bin. Ich bin on fire! Wir können dann später wieder in den Wefee-Troll spielen. Haben wir das jemals? Ich hab's noch ein paar Mal gemacht. Ich hab noch nie gespielt. Nein, jetzt bin ich tot. Alter, ich hatte die ganze Zeit nur 20 AP oder so. Ich hab mich nicht getötet gekriegt. Oh, sechs Infilierung, Meister-Schaden, Meister-Ziel-Vorschritt und Meister-Meiste Infilierung hier. Hey, wie kann ich denn die meiste Zeit für den Ziel-Fortschritt haben? Vier Sekunden? WTF? Ich auch. Andere waren noch genauso viel On-Spot. Hä? Ich hab' auch nur vier Sekunden. Achso, lol. Hä? Seid gegrüßt. Trag nicht. Was? Ich hatte das mit Fettel nicht mehr gemacht. Es geht mit Fettel nicht mehr. Es geht mit Fettel nicht mehr. Äh, ja. Trag schon, komm raus! Nein! Ich hab' ne Belohnung erhalten. Wow, meine Stunde weiter nicht gebracht, weil ich gedacht hab' ich unbewerden. Keine Ahnung. Von den, von den, von den, äh, hier als CD-Mann. Ja, ja. Juhu! Juhu! Pfff, 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 dann lernt nie aus. Nein! Was, jetzt schon? Tausend Schaden macht das. Wahnsinn! jetzt von unseren feiern nein jetzt habe ich meinen und egal egal wenn die uns potzentech sterben ich habe jetzt meinen meinen und ich finde die maps wo der wurde wo der punkt so klein ist diesen richtigen so hier kannst du halt die ulti durch die durch ja ja klar aber bei der einen ist das nicht nur ist es auch noch klein was hier ist keiner muss keine hausport von denen soll da ja wow und jetzt mache ich meine ulti oder was man ich möchte meine ulti wenn keiner im unsport ist ja was soll das ich habe mich die ganze zeit darauf gefreut ja jetzt kann ich mal ulti machen ich habe es einfach noch mal hinbekommen nicht so was ist das für eine map dann ist auch scheiße für die ist gar nicht so geil für mccree scheiße einfach wir müssen uns dritten irgendwo hinstellen daumen hoch leute daumen hoch da seht ihr ne daumen hoch wo daumen hoch ja auf mein ich habe ja schon sicher schoss gegeben daumen hoch ich bin ein robot daumen hoch daumen hoch ich mache es machen wir jetzt easy ich habe es gecolt ohnehin ja naja lag euch besser in die bösche und hier regnet es gleich blau ich habe jetzt alles gecolt und hier ich stehe ich leider mehr auszuspielen uns ist unser Ding spiel nicht mal schlecht unser Heiler Fussjuck ha 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 oh fuck shit ich bin die meiste eliminierung aah irgendwie bei den sachen die über mehrere maps gehen bei den äh matches da vergesse ich immer äh also es wundert mich von immer dann das äh also dass das äh am ende das video denn auf einer anderen map ist ich wundere mich denn immer voll ich weiß ich fände jetzt immer ja das schuldig hat ja auch noch was zugehört weißt ja im wund oh 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 die stunde habe ich schlagen der betze mann verlängerung jetzt schon er will das jetzt gewinnen ist ja ganz schlecht aber ist gar nicht mal unrealistisch ich meine wir auch 99 geschafft ohne ja weil ich die verlängerung rausgelassen tatsuko nimmt unser heiler gerade ein unser heiler ist alleine und nimmt ein ja easy gewonnen doch ich will in der verlängerung er kommt noch mich immer tot wenn es gerade vorbei ist ich will dass sie echt noch mal ein langweilig warum gibt es keine verlängerung der verlängerung verlängerung und davon noch eine verlängerung beste mann ist der beste mann sie ist auf der map habe ich überhaupt ich habe wartet auf dem herr war ich voll gut brauche ich aber nein es wäre hier vier kugel 14 kugelhaken sind und 16 eliminierung hier dass das lohnt sich ich gebe es nicht julian ich habe mir das war voll gut so es heißt jetzt eine letzte runde für heute bei mir ja ich habe morgen normalerweise könnte ich heute zwei stunden länger hier pc sein problem ist dass ich morgen in den ersten beiden zvk schreibe zentrale vergleichsklausel aber das ist doch auch einer der gründe nein ich werde ich hätte ich jetzt schon vor über halb stunden auf sein müssen äh hat so nein verteidigung gibt es nur einen warum man nicht keine tanks ich brauche das nicht vielleicht weil wir keinen text haben vielleicht weil wir keinen text haben vielleicht weil wir keinen text haben habe ich was gehört was engst also engst was wir brauchen wir schon du musst gleich den supporter und ne äh bilder bauen ähm was du musst einen supporter und ne bilder bauen ich baue immer ne bilder jetzt gibt es einen einfach da ist ne bilder da muss ich nicht nur zwei bilder ich hab mich auf den ganzen roten auf dein gehirn drücken ja mit bestchen und der typ oder nein bestchen und kein bilder achso es ist der typ den du wohl auch rückwärts genommen hast ja der typ mit den turrets und schlussflüge das ist keine heilerin die kann nur rückwärts geben ich sag nur dass es eine heilerin ist warte wo stellen wir uns hin und aufs Orte drauf ich bin Hanso ich snipe von irgendwo anders zusammen können wir es schaffen wir haben ne Mai die mich nervt wir haben ne Mai zusammen können wir es schaffen ich hab gesagt wir haben ne Mai zusammen können wir es schaffen ich weiß wo wir uns hin stemmen flogen zusammen können wir es schaffen da oben rein sind das schon hier oben nein da oben rein ins Fenster aber das ist da kann ich nichts abschießen doch nein doch 4 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 6 7 7 6 7 7 8 7 7 7 7 8 7 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 10 việc 10 10 15 15 16 15 16 15 15 16 16 gerechtigkeit vollstreckt sich nicht von allein ich bin mccree und ich bin da um das böse zu bekämpfen geil ich find tracer cool nur nicht im gegner team das hast du nicht gebracht wir können die frage leider nicht weiter zu fliegen weil sie es schon ist ja ja hallo ich bin ein japaner jungen krimmukree krimmukree er hat mich getötet indem er sich einfach um mich stellt ja genji äh das war dumm äh das war dumm ich hab dich im visier was ich hab dich im visier ich hab dich im visier so ok alles auf anfangen jetzt sind wir schon hier bei dem checkpoint jetzt dauert es richtig lange echt jetzt ja ja der soldier ist so langweilig find ich auch ach komm ey ok anderer held reaper reaper mein eigenes support verdammt nochmal ich war heute bisher voll schlecht mit reaper der tot ist unter euch ja aha wie funktioniert das weil jeder genji hat es nicht hinbekommen wenn ich mit seinem locken zu töten bin und der kriegt es hin jedes mal das wird dreimal das eingesetzt dreimal das so du bist mein kind auch wenn der hinter mir genji ist ist mir egal da kommen halt 50 milliarden drei millionen 1000 1000 1000 ok ich habe nie so viele verschiedene spiele äh helden das letzte das ist das mit das zu fallen gespielt bevor ich dabei war da habe ich da viele aber nicht so viele du hast hansu, reaper dann hast du den mönch gespielt ich glaube ich muss ja auch alle gespielt glaube ich auch nie den mönch nicht drei kommen links ja ich weiß aber ich habe bisher glaube ich jetzt auch schon wieder viel gespielt fack fack ok bastion bastion das einzige problem was wir haben ist wirklich der genji und wenn der nicht wir haben schon ne mails so ja jetzt bin ich nicht mehr mails bin ich bastion ja den haben wir auch schon ist mir egal ich bin grad schlecht mit einem anderen der genji der countert dich interessanterweise weil jedes mal wenn du irgendwas gegen ihn einsetzen willst du bist groß vielleicht heckt der ja auch einfach ja hör auf mich zu töten darauf bin ich noch gar nicht gekommen aber das kann dort nicht sein aber ich glaube nicht das könnte tatsächlich sein aber es könnte sein dass das ich meine als engine fällt sich auf ne wenn man hackt warum sollte der hacken weil der angriff zurück spricht keine ahne weiß ich nicht wie kann ich denn sagen die möglichkeit kann man ihn mit hart zurück was mich am meisten ankommt ist dieser soldier das ist bekannt wir können den wagen gar nicht weiter zurück schieben oder ne doch ne an dem Punkt nicht mehr von der checkpoint ist der hälfte aber wir können ihn nicht weiter zurück schieben das ist eine logik alter soldier 2 ist einer der schlimmsten ja links oder rechts ist reeeechts das ist das ist das ist ja und da verwandle ich mich in der links kommen drei links kommen drei verwandle ich mich zurück genau dann wenn ich wenn der drei gegner vor mir stehen ich habe vorhin meine u deaktiviert dann kommt links unten wahrscheinlich dann geht links hoch hoch hey wir können wohl zurück schieben ne das ist reaper ich hab dich im visier ich hab dich im visier ah alter die franken nähern sich ihre ziel du scheiße ich mach mein schluss hör doch auf wenn du mir zu steh ich schätze reaper naja ich glaub das verlieren wir blo der erste schuss war schön ich beschütze die unschuldigen jetzt wirds lustig ja ok ok ach komm ey vor allem ich hab jetzt so und glaube ich viele verschiedene helden die so voll gespielt ich hab glaube ich sieben oder acht verschiedene helden gespielt die runde jetzt ist er wieder so ja natürlich hat Zenyatta krats Zenyatta ist er echt spielt die heilende ruhe das war jetzt krass wow er hat einen typ gekillt und seinen ulti eingesetzt hui alter er hat fünf deflection eliminations ich weiß an wem ich weiß an wem ich weiß an wem ja ich würd sagen das war's für der folge wenn sie gefallen was was man da und bis zur nächsten folge tschüss so ja ja semen mit Vielen Dank.